Musik In der neu errichteten Zentrale der Wirtschaftskammer Amstetten begrüßte die Gruppe Ipsfeldstreich mit optimistischen Melodien die zahlreich erschienenen Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk. Die durchwegspositiven Zahlen der wirtschaftlichen Entwicklung im Bundesland werden vom Bezirk Amstetten noch weiter getoppt. Die niedrigste Arbeitslosenrate zeugt von einer eindrucksvollen Stabilität und auch der Blick in die Zukunft zeigt, dass die Mostviertlerwirtschaft weitgehend krisenfest ist. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem Wirtschaftskammerempfang. Hier in der Wirtschaftskammer Amstetten in unserem neuen Bezirkstellengebäude. Viele von Ihnen kennen ja diese neuen Räumlichkeiten bereits. Was wir aber heute tun wollen ist, dass die Wirtschaft ins Gespräch kommt, dass über die Wirtschaft geredet wird, dass die Wirtschaft miteinander redet. Der Empfang war gekennzeichnet von intensivem Networking, ein Zeichen von Zusammenhalt, aber auch ein Zeichen, dass die Wertschöpfung in der Region bleiben soll. Präsidentin Sonja Zwatzl war Ehrengast. Wir können auf die Stärke unserer niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer vertrauen und wir können vertrauen in die Partner, die wir ein Land haben. Niederösterreich ist ein starker Wirtschaftsstandort. Wir haben klare Verhältnisse in der Politik und wir haben starke Partner. Das ist bei den Behörden, das sind auch unsere Sozialpartner und Sie alle, die die niederösterreichische Wirtschaft unterstützen. Die Frau Präsidentin hat schon angesprochen, wir sind erfolgreich unterwegs. Keine Frage, meine Damen und Herren, und ich habe selber ein Unternehmen, man muss sich zwar anstrengen, der Wettbewerb ist hart, aber ehrlich, Hand aufs Herz, man weiß schon einmal einfach. Man musste sich immer anstrengen, aber zugegebenerweise, das Umfeld ist durchaus schwierig. Wir sagen, dass wir als Unternehmen nicht nur froh, sondern auch stolz darauf sind, dass wir mit vielen von Ihnen auch in Kunden-Dienstleistungsverhältnissen stehen. Für Umdorsch ist das Zusammenarbeiten mit lokalen Unternehmen ein ganz wichtiges Standbein unserer Strategie. Wirtschaftskammer Niederösterreich. Im Wissen liegt der Startvorteil. Im Wissen liegt der Startvorteil.